Hallo und herzlich willkommen hier wieder mal auf Masis Clash Channel. Leider gibt es heute noch kein Sneak Peek von Supercell. Dafür hat Supercell heute etwas anderes bekannt gegeben. Und zwar wird es einen Contest geben, einen Wettbewerb um den neuen Helden. Und zwar einen Malwettbewerb. Heißt, jeder darf praktisch sich so wie er den Helden vorstellt, ein Gemälde malen und an Supercell schicken. Und die besten der besten Gemälde werden dann ausgewählt und in einer Galerie auf der Facebook-Webseite von Supercell ausgestellt werden. Die Gewinner kriegen auch 2000, beziehungsweise der Gewinner kriegt auch 2500 Gems und die anderen, die auch in dieser Galerie landen, 1000 Gems. Ziemlich, ziemlich cooler Wettbewerb. Und man hat noch einmal ein neues Foto von dem Helden gepostet, auf dem man so ein bisschen mehr die Umrisse sehen kann. Und der ganze Wettbewerb geht bis zum 30. Oktober. Da ist praktisch Abgabeschluss. Und dann darf jeder auf Facebook dafür voten, welches von den Gemälden sein Favorit ist und welcher seiner Meinung nach am ehesten an den neuen Helden hinkommt. Das Voting endet dann am Montag, am 2. November. Heißt, wir werden vermutlich bis dahin keine neuen Informationen zu dem Helden bekommen. Und ob wir auch Informationen zu anderen Update-Inhalten bekommen werden, halte ich noch für fraglich. Heißt, es wird wohl noch etwas länger dauern, bis das Update rauskommt. Einer der Entwickler hatte auf der ClashCon gesagt, dass es wohl noch mehrere Sneak-Peak-Zyklen geben wird, bevor das Update rauskommt. Also tippe ich mal, dass es wohl noch ein paar Wochen dauert, bis das Update soweit ist. Jetzt schauen wir uns aber mal den neuen Helden an und die Interpretation, die draw-m7 auf Instagram gepostet hat. Von dem ist nämlich das Foto. Das schauen wir uns mal ein bisschen an. Und auf dem Foto erkennt man ganz klar einen Magier, der ein Buch in der Hand hält. Und er hat einen Zauberstab, auf dem ein lila leuchtender Stein glüht, der auch von der Form her einem Pilz ähnelt. Ich glaube, diese Darstellung kommt schon sehr, sehr nahe an das eigentliche Bild heran. Denn wenn man genau hinsieht, kann man auf dem Bild, beziehungsweise auch auf dem jetzt neu geposteten Bild, deutlich die Scharniere von dem Buch sehen, die dieser Held in der Hand hält. Und die Nase tippe ich mal, würde ich jetzt nicht unbedingt als Nase beschreiben, sondern finde ich sogar fast eher, dass die Nase einem Schnabel ähnelt. Das würde auch sehr, sehr gut zu der neuen Verteidigung passen, die ja bekanntlich einem Adler ähnelt. Diese Höcker auf dem Kopf sehen meiner Meinung nach so ein bisschen in Richtung Geweih aus. Also sehr interessante Formen da. Und den Mantel erkennt man sehr, sehr gut, genauso wie den Stab, den er in der Hand hält. Also da sieht man wiederum, dass die Zeichnung da schon sehr, sehr nah hinkommt. Und auch von den Stiefeln her weist eigentlich alles in Richtung von einem Magier hin, da die so nach oben etwas gekräuselt sind. Was auch ein typisches Zeichen für Magier in Sagen ist. Dann muss man sich nochmal überlegen, was denn dieser neue Held so bewirken soll. Wofür er denn da ist. Ein Magier oder ein Zauberer würde ja eigentlich dementsprechend mehr so in Richtung Unterstützer gehen. und das trifft eigentlich auch ziemlich gut zu. Es wurde ja gesagt, dass er mehr ein Unterstützer sein soll und auch gegen die neue Verteidigung agieren soll. Und ich stelle mir das so vor, dass er irgendwie gegen diese Verteidigung hilft, indem er vielleicht einen Schild errichtet oder die Verteidigung ablenkt oder die eigenen Truppen insofern stärkt, dass sie vielleicht diesem Strahl entkommen können oder von dem Strahl eben nicht berührt werden. Das würde auch relativ gut dazu passen, dass König und Königin praktisch den Schaden machen und der neue Held steht dann dafür, dass er hinten herläuft und die einzelnen Truppen unterstützt von den hinteren Reihen. Was genau jetzt doch da am Ende rauskommt, das Spiel ist noch völlig offen und ich freue mich wirklich, wirklich drauf auf die verschiedenen Zeichnungen, die von den Usern eingehen werden. Ich würde mir schon wünschen, dass jetzt dann bald neue Sneak Peaks kommen, weil ich sitze hier schon wie auf Kohlen und ihr glaube ich auch. Da darf Supercell endlich mal neue Informationen raushauen. Trotzdem eine richtig, richtig coole Idee mit diesem Zeichenwettbewerb um den mysteriösen neuen Helden. Ich hoffe, euch hat meine Diskussion hier wieder gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet, hier auf Masses Clash Channel.